Die Mobiliar engagiert sich für den Basketball-Sport in der Schweiz. Oui, oui, oder auch Aléa, ne, die deutschen Athleten sind von Anker gegangen. Die Eröffnungsfeier gehen so langsam, aber sicher los die Tribünenhütte. Und Sie sehen, sie sind mittlerweile auch raffelvoll. Die Eröffnungsfeier haben auch versucht, unsere Studiorealien zu klettern. Die Gendarme, die kein Spaß verstanden hat, ist aber ein Rieser. Die Eröffnungsfeier, die Eröffnungsfeier, die Eröffnungsfeier sind. Alles klar, ja, gerade. Es lagert mir so ein bisschen die Stimmung gefehlt, muss ich sagen. Natürlich, wir sind da vor der letzten Minuten. Ich habe sie seit großherum. Der Sat happens in Deutschland. And we'll see it. So. So. Josef Javi-Anna. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020